ein ziel das ist immer schwierig halt das verspricht actionreich zu werden dann geht mal in die andere richtung im ziel muss immer schnell sein wenn du den boss machen willst also sich wirklich dann trennen und dann gucken so freunde der sonne was ist denn los immer noch einer es krieg sägewerk ich würde mühle gehen wird sowieso unten wahrscheinlich irgendwo sein lebenspunkte ich bin jetzt mal gespannt was lebenspunkte sind ach so ich dachte an meinen blutigen hat sich bloß versprochen lebenspunkte aufwertungspunkte ist bei ihnen lebenspunkte ach so ich dachte jetzt wirklich naja nun das sind die erfahrung von über sechs tauren stunden sei nicht so streng mit karsten er ist halt alt ein bisschen älter ein bisschen älter kann man doch so sagen etwas älter ein bisschen mannesalter etwas älter weiß nicht aber ich glaube du bist 20 Jahre älter als ich naja dann musst du ein bisschen Respekt vor mir haben was solltest du nein alles gut wenn ich das komische Bild da schon wieder so in dieses wegen Datenverlust oder was weiß ich bin ich zum Glück verschonend Karl was hast du für einen Ping 36 doch normal ich nehme mal die ganzen Clues auf also der in Richtung die Westen langsam wird es hier zum Laufsimulator ich warte mal wir müssen ein bisschen zusammenbleiben ja Blutlinie XP Jäger XP das wäre was schönes da werde ich nicht abgeneigt ja wir müssen auf den langsamen noch warten ja oh Spieler Downarch ja er gibt mir direkt den Hitshot ach fuck you ey ach man ey was ist denn bei mir schönes Ding zwei noch schön ein noch ich brauche deine Hilfe ja schau mal lad doch mal nach die Knifte alter ich habe schon zweimal angesetzt zum nachladen lassen hör auf zu schleichen wer weiß wo du bist soll er ja auch keine Idee wo er ist Richtung 105 circa also super schön jetzt könnt ihr mich wiederbeleben wirklich ey er gibt mir direkt eine Heidi ey da hat er seine Waffen hingeschmissen Schrotkinder tausche ich mich an einer Geier nee aber ist egal wir können eigentlich es sind noch drei gewesen oder ja na dann geht es doch eigentlich kann jeder zwei ja dann könnt ihr die anderen treiben ok oh Gott hat der für Waffen gehabt Karsten haben sie dich gerechnet kleine Lump ja ok schön Karsten geil naja ja man muss sich auch mal loben da braucht man nicht immer meckern wenn du Lebenspunkte sagst nö du meckerst ja nicht ne 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 ich meine ja so weißt du Pascal da muss er auch mal sagen hey Karsten schön ach stört mich doch gar nicht Horst ich dachte mich stört so hier mache ich den Katz doch immer schöne Geschenk für im realen Leben ah nacktfotos von dir Kaffee 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 danke für Jungs wir müssen auch immer mal in diese Dinger hier rinkicken in diese Türme da findest du manchmal gute Sachen nicht immer das erzählt er dir jetzt jede Runde wenn du so einen Turm siehst genau um dich zu animieren aber ich hab ja meine guten Sachen ich hab dir alles mit reingenommen was ich will du hast er erzählt es trotzdem Rucksack gibt es ja hier nicht aber es ist natürlich gut zu wissen muss ich mal wieder sagen Karsten danke für den Hinweis falls ich mal mit Mist reingehe dann kann ich dann in so einen Turm Karsten weiß ich es es lohnt sich möglicherweise heute hab ich irgendwie meinen Gönnerhaften sonst bin ich auch immer meckrig veranlagt aber heute hab ich Spaß muss ich sagen mal wieder seit zwei Wochen oder so gefühlt ja weil du mal wieder vernünftige Spiele spielst ja andere sagen wir mal so andere waren ja Jäger schon keine Ahnung aber unten beim Boss sind auf jeden Fall welche hab ich grad schießen hören hier ist zum Beispiel eine schöne Windfield Centenarium aha ey so eine geile Scheiße ey warte ich schmeiß die Sparks weg und hol sie mir aber wir trinken vielleicht besser als die Sparks man weiß es nicht ich würde jetzt einen Schuss machen ey das war voll der Kopf ey auf was schießt denn schon wieder ein Hals auf ne geilen Hals ich würde ja an den Schlepper riechen wollte es unbedingt sagen hallo wir sind da ja ja schon mal was von Black Ops gehört Blackbird Black Ops Black Ops Modus oh die Stelle gefällt mir gar nicht komm ja die hatten wir schon mal ne na gerade im letzten Runde die sind woanders die sind was da hinten hier hinten waren die irgendwie ja ich geh mal rein die schießen auf andere weil die gucken in ne ganz andere Richtung auf 160 ok ihr bleibt könnt ihr hier sind übrigens hier sind übrigens XP-Punkte oder so ich geh mal rein und mach den was ich guck mal XP-Punkte kriege ich ja glatten Kopf in der Box so oh Jäger-XP jawolle ich weiß ich weiß halt nicht wo die lang kommen können da oben da waren die auf der Tarasse also auf dem ok die haben mich 160 geguckt also das ist doch ein anderes Typ mein Gott geht mir das du Hunde zappel hier hoch zurück da ist doch einer der heuchelt da einmal rum der heuchelt da einmal rum was was man ich kenne mich doch hier nicht aus ich weiß gar nicht wo es hier hingeht das obendrin du hast ja aber hier sind andere hier noch welche jaja aber wo da draußen ich komme wohin ich habe ihn abgestochen wir müssen mich aufheben unten schnell wir sind noch zwei oder so haben wir medizin irgendwie nicht verbrennen hier ist er noch ja 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 moment wenn ich fertig bin jetzt ich wollte meine spritze geben ich habe die lampe unter wer werft ihm auf die ok so hier ist ja ja es wird aber noch einer da eine schmorte in der hölle oder ein ganzes team oder so und draußen haben wir ja ja mit von heim haben sich geschossen ja ich ich brauche nur ein team die haben sich mit gerade mit anderen beschossen die müssten irgendwo sein ich bräuchte munition aber den verbrenne ich jetzt ja dann geht zum wagen hier sind zwei stück wieder hin wo ist ein wagen gucke auf der karte war stück ich habe keine ahnung wo die sind die sind am wagen und warten auf mich ja so schön da ist ein wagen genau die falsche richtung auf 5 4 ich höre ich was naja ich habe jetzt ich habe den zühlen von mir aus gesehen norden sehe ich was ja ja von dir aus norden ja wurde was geworfen ich muss munition holen 45 richtung nordosten ja genau ja genau einer also ich sehe nur holst du dir den gleich micha ja ich bin ja schon bei dir dann geh da mal hin ich kann die umgehen ja mach mal wo waren die achso ja gut 540 seiner immer noch 540 der dachte wahrscheinlich es ist taktisch wenn ich da so bleibe ja ich glaube deine 540 ist ein anderer als meine oder ja hier ne da ist er da hinten ja der ja er pusht den voll oh schon getroffen einer ist tot der Mats ist doch jetzt dahin geschlicht der wollte sich den holen ist doch egal aber schöne Waffe ich habe mir gedacht ihr wieder getötet werdet ja das ist doch richtig so karsten ja alles gut das war ja richtig ich wollte mich nur aufs kran ich wollte mich nur aufs kran wie die geier alter ich habe nicht eingelootet von meinen kills ich habe nicht zum verbrennen ja wir haben die alle abgebrannt ja geil wir können ja raus erstmal Richtung blühen wir sind hier nicht nach karkhoff doch sind wir einen ich erinnere dich nochmal ich erinnere dich nochmal das hast du bestimmt auf dem video was denn ja wo ich den Pfeil war und die hat alles gelootet in der Zeit wo ich am Kampfen war du und Carsten was ich kann mich nicht erinnern kannst du dich daran erinnern Carsten das muss ja von Jahren her gewiesen sein ach das ist kaum nie passiert das hat er geträumt das kann nicht sein das darf nicht sein nee aber Pascal erzählt gern was wenn der Tag lang ist aber wenn er kurz ist ja das ist stimmt schieß mich an nochmal 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 warte ja Headshot mach doch nee dann bist du tot oder nein kann mich gar nicht töten mit dir bis jetzt du bist sofort tot du wirst sofort tot hier ist nämlich gestachelt und gast du wirst sofort tot so machen die heute Kills aha so abgewichst also das ist richtig eklig so gehe ich durch wenn ich Einzelspieler bin habe ich schon mehrere Kills gemacht ja aber finde ich ekelig sowas das ich finde das ist richtig ekelhaft geworden hätte ich nicht gesehen ne ja hab ich den kaputt aber boah gut so das trifft das siehst du oft die also so machen die nur Punkte weißt du ja da musst du gucken bei Fallen ne das ist eben wirklich so ich muss auch kommen gleich wieder so schön jetzt hinter der Deckung eventuell weißt du die eine Deckung am am Exit da hinten die du vielleicht noch hast da wird eine Falle hingepastelt ja genau du willst grad abbauen mit dem Bordflare und dann zack tot ne sowas das ist ja richtig asozial ja ja auf jeden Fall und da muss noch einer hingelaufen sein die platziert haben und sich wieder zurück genau mit einer der gegangen ist na gut der hat ja nichts mehr davon ja aber trotzdem toll ne ja 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 ja